Was ist auf, wenn ich nicht schon eine Weile gespielt habe, das ist schon ein bisschen Alfreche in meine Seite rein zu pflegen. Was soll da kommen, es dustet einfach alles an ein Typen, dustet einfach echt alles. Ich habe den feindlichen Panzer hier gar erst nicht von dir gesichtet. Das gibt es ja jetzt. Ach ne Jeep da. Ich habe sie in Kontakt zu den feindlichen Panzerwerken. Der Leichtpanzer rusht. Da bin ich mir ein, dass der nicht kommt. Flanking-Boat zu fahren ist scheiße. Okay. Ich brauche 13 mehr. Ich bin in Oberdelta entstellt. Ist schon wieder gedusted die TV, was ist denn das für eine Scheiße hier auf Instagram? Ich brauche aber nicht. Wow und jetzt schießen wir die Anti-Air an. Super. Ich kann nix. Ja aber Anti-Air gegen Boot, das weiß ich schon nicht. Und hoch an, gegen Attack-Boat. Und der Heavy crasht halt selber. Das war alles gut schon. Muss ich mal irgendwas machen. Oder Besonder-Bring. Ja, jetzt habe ich mir tatsächlich eine richtige Waffe auf der Gegend. Soldier, oh, 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 oh. We need flex. Springt raus aus dem He... Ich werd nicht mehr, halt. Komm hier zu keinen Kills. Achtung, da kommt ein Bursch, ich höre hier. Oh, ich höre. Magel, das war nicht. Ah, der macht halt eigentlich so groß. Der war mir. Er kriegt jetzt aber noch Jedi. Schmeiß. Siehst du die AA? Ähm. Ja. Steht sie nicht hinter der Base. Kannst du nicht missbrauchen? Ja, hat sie mich irgendwie angeschossen. Sie ist so kurz vor der Base, glaub ich. Ja, ja, ja. Solange ich sie nicht gespottet habe, kann ich catch her. Ja, die ist irgendwie hinter dem... Ja, ich seh sie, aber ich krieg sie nicht gespottet. Die ist hinter so'n... Ja, jetzt hab ich sie. Ich schieße mal ne TV drauf, wenn du willst. Ich schieße mal ne TV drauf, wenn du willst. Die haben ja nicht schlecht. Wenn sie sich nicht beregeln können... Jo, atme nicht. Ich werde nicht schocken lassen. 15? Ach, der ist schon zu überfahren. Den Heli. Schau, der ist schon abgeschmückt. Ja. Sicerten dieses Einsatzziels! Oh, ich bin auch nicht Jet war das Mancher, wenn er der Attack-Jet hat, kann ja auch nichts machen, den hab ich am Arsch gemacht. Also die AA hat Heat-Segger. Die hat die Schlampe-Lad-Glow ausgestattet. Ja, aber die ist jetzt wieder in der Base. Ich versuch's jetzt zu verpacken, das ist ein Problem. Ja, klappt mit. Ach, Mann. Ab ihn. Zerstört. Der hat einen volle 50er-Treffer abgeprägt. Mit den Schwarzen. Was macht der Steam? Nice. Ich glaub, ich geh gleich einfach an Land wieder, weil das ist mir echt hier zu langweilig. Jetzt jagen sie mich schon mit Javelin. Das ist ja gar niemand. Nein, bitte. Das ist ja gar niemand. Wir sind schon in der Base. Unteren Tank-Nemie. Ich geh ins Gun-Shop, glaub ich. Jetzt kämpft die AA in der Base, süß zu mir. Äh, komplett in der Base, aber. Aber komplett, ganz hinten. Echt tiefig. Ich schmeiße mal eine Jade in den Weg. Vielleicht hilft's. Ich hab den Heli im Spawn gekillt. Ich hab den tatsächlich getroffen. Einstreng. Lol, Alter. Das ist ja richtig, das ist ja richtig trocken hier auf Lanking Damm, Alter. Das juckt halt niemanden. Kannst du halt einfach in die Base schießen kannst mit dem Gunship. Und die AA hat's wieder verbockt. Wir haben Einsatzziel Bravo neutralisiert. Kein Ende fehlen. Ich hab den feindlichen Scharfschützen östlich deiner Position gesichtet. Wir haben den Kontrollen und wir bereits nach dem Sinten schießen können Nice! Tom! Bichu, die purple Dawn! Abonniert, der polineutgeräusche! Bichu, die purple Dawn! Der Kampst und Ton der Blick auf dich um den Gunship hat, das du gar nicht mehr tust auf den Schuss. Das ist einfach ein zu einfaches Ziel. Kann man nicht widerstehen. So, ja, aber man kann auch Easy-Kills machen. Ja, ne, aber der wollte ich gerade bei haben. Ich brauche doch einen Attach. Ich brauche den Ball. Ich brauche den Ball. Ich brauche den Ball. Ah, ganz knapp mit der Jaden vorbei. Das war doch nicht krach. Okay. B, Stinger. Ja. Booten. Rot ist da. Mann. Noch ein Fahrzeug. Kleiner Killstreak. Ja. 24, sehr ruhig. Hauptsache die AA schießt dauerhaft auf sich. Hauptsache die schießt die ganze Zeit aus der Base. Ja, ja. Aber auch Dauerhaft. Da kommt das Deathjet. Hallo. Ja komm, hör doch auf, Raketen. Mann, ich hab gegen Attackjet mit Deathjet Luftluftrakete. Ich hab bescheuert. Nö. Oh, der fliegt rein. Oh, der fliegt rein. Oh, der fliegt rein. Was für ein Herr. Wir hätten auch Jets einfach umbenennen können in Taxis oder so. Weißt du? Würde den Sinn jedenfalls so. Der Spiegel. Ja, im Dead-Seite ist Spiegel auch hier. Greif das Einsatzziel an! Ich hab gerade den feindlichen Panzerjäger genau östlich deiner Position gesichtet. Ja. Ey. Was ist denn das, Mann? Komm mal auf, auf mich zu schießen. Ich hab Sichtkontakt zu einem feindlichen Scharfschützen. Festlich von dir. Ich stehe mir noch zu dem Kommen. Ich habe hier gebreit in der Welt. Ich hab manchmal gerade Ausdrucker voll in den Damm rein geflogen. Das ist ein Stück. Geh, das ist ihre Sache. Das wird dann jetzt nicht fliegen, ne? Festlich deiner Position scheinen feindlicher Scharfschütze zu sein. Das wird dann jetzt nicht fliegen, ne? Nae... Mal gucken! Hier geht's schon. Versorgungsabwurf ausgeführt. Greif das Einsatzziel erdrückt an! Festlich von dir scheint... Feindlicher Scharfschütze zu sein! Einsatzziel Alpha ist verloben. Fassungsunteraktuelles Endeszziel. Was ist das? Umbau, checkt euer Gebiet. Nachschub wurde gerade geliefert. Ganzes steht da drunter, Perico. F***, wir haben die Katronik beantwortet zu wissen. Lol, ich habe den Little Bird. Ich tag den Überfahrer. Ach man, das wäre zu geil gewesen, wenn ich jetzt auch noch den RK-Lig gehabt habe. Kann die RR aufhören, die trifft eh nichts. Wir haben gerade Einsatzchen Alpha neutralisiert. Die RR ist so fixiert auf mich, dass sie gerade nicht heilt, dass da gerade ein Boot direkt neben sie fährt. Die RR ist so fixiert auf mich, dass sie gerade nicht heilt, dass da gerade ein Boot direkt neben sie fährt. An alle Teams, Nachschub wurde gerade abgeworfen. Ich bin der Einzige bei Alpha und viele Leute am Master. Wow, und ich fahr halt noch in die Mine, obwohl ich sie gesehen hab. So klug muss man erstmal sein. Ich seh die Mine und fahr trotzdem rein. Oh, ich steck fest. Das ist der Kille. Das geht Gott sei Dank. Das ist der Karte, nach wo der Nachschub ist. Das ist der Karte, nach oben. Das ist der Karte, nach unten, nach unten. Das ist der Karte, nach unten, nach unten. Offenfläger, weiter zieh Charly in Ruhe-Natalisien-Zieler! Plötzlich deiner Position scheinen feindlicher Scharfschirke zu sein! Oh, verdammt! Oh, verdammt! Naja, okay. Ne, wir nuschen! Ich will ja nix sagen, aber irgendwie ist so ein Tank direkt von meiner Nase. Was stört denn? Der hat schon in J-Demm und ordentlich Schuss gepfressen lassen. Aber eigentlich war man wirklich ne Gefahr bei der Raketen. Komm, die AE hat Spaß im Übel. Boah, ich hab schon wieder den. Little Bird, Alter! Ich glaub, der hat keinen Bock mehr. Oh, Spaß! Die AE einfach auf der Basis jetzt chillt, kontaktiert, Radar-Rakete und sich dann mal austraut. Einsatz für Bravo wurde gerade neutralisiert. Einsatz für Bravo wurde erobert. Abner Rogen, Fragment, Soldat! Ich hab Sichtkontakt zu dem feindlichen AG-Schatz. Südlicht einer aktuellen Stellung. Beste! 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 Wir kontrollieren jetzt Einsatz von Alpha. Visu, Preise cababraie Technica. Das ist das Einsatzziel, das wir verteidigen sollten. Sicherheitskontakt zu einem feindlichen FG-Schützen zündlich von denen. Schreckt eure Kraft. Material wird bald abgeworfen. Da ist das aktuelle Einsatzziel. Sicherheitskontakt. Ich habe Sichtkontakt zu einem feindlichen Schlafschützen. Östlich von deiner Position. Oh. Willi, dein Life, Mann. Wir haben Einsatzziel drauf und uns alliniert. Ab nach Arusha, Preise gebe Soldaten. Wir kommen zum Einsatz für Bravo. Sind's Lams auf dem Boden? Ich habe den feindlichen Soldaten zündlich deiner Position gesichtet. Da sind immer noch zwei auf der Brücke. Der Tank ist auch selten dämlich hier bei uns. Genau südlich deiner Position befindet sich. Das ist weiter. Das ist weiter. Oh. Oh. Ähle, wie? Soll ich schon mal kurz spielten? Das geht nochmal viel. Verdammt. Das hat schon Schäden. Die haben einfach ihren Heli uns überlassen. Ernsthaft. Leute. Bitte. Das nehme ich doch dankend an. Oh. Naja, ich werde das Boot verworsten. Die sind die Leute. Leute müssen ja vorbeische Abend hervorragend sein. Das ist noch eineuse Reibe. Wo ist das System? Oh. Oh. Nicht bis an den Händen! Streck neben dem Panzer! Komm schon wieder ein Schieb! Geht an, wenn ich fisch! Nein! Ach so, das ist der David! Hier haben wir gesehen, Sunny im Tank! Okay, aus, aus, aus! Uh, die machen ein C4-Ding! Aufpassen! Ich habe Sichtkontakt zu einem feindlichen Panzerjäger! Festlich deiner Position! Wurzeln wir schon! Bist du? Magst du nicht was anderes machen? Klaus, wie geht's? Was ist denn das Ding, Mann? Jetzt kommt der Flutus an! Neb die doch nur! Oh! Jetzt noch einer, übrigens! Oh, Kieser! Ohoho! Der ist aber schnell herausgeschmissen! Der kommt nicht, der Kirli rein! Ah, jetzt hat der gerade abgezogen! Was? Der springt lieber in den Wasserfall, als von mir zu sterben! Ich bin unverschämt! Der 5-70-Schade, dann kann er mehr gehen! Moment! Ah, verdammt! Vollmut! Also, das war jetzt auch ein wirklich sehr intelligenter Attack-Heli-Pilot! Er ist doch jetzt gerade zweimal über uns geflogen, ohne uns auch noch einen Treffer zu ver-